Herzlich Willkommen auf dem Campus Minden. Mein Name ist Oliver Nister, ich bin Dekan des Fachbereichs und möchte Ihnen unser Studienangebot am Campus Minden kurz vorstellen. Elf verschiedene Studiengänge aus den Bereichen Bauwesen, Informatik, Ingenieurwissenschaften und Architektur werden am Campus in Minden angeboten. Neben dem klassischen Vollzeitstudium für Bauingenieurwesen, Architektur, Informatik, Projektmanagementbau und Infrastruktur-Ingenieurwesen werden auch andere Studienmodelle angeboten. Bei den praxisintegrierten Studiengängen Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen wechseln sich Praxisphasen im Unternehmen mit Theoriephasen am Campus Minden ab. Auch im Bauingenieurwesen bieten wir viele interessante und berufsnahe Laborpraktiker an. Für alle Bachelorabsolventen gibt es zudem weiterführende Masterstudiengänge. In der neuen Bibliothek können die Studierenden auf umfangreiche Fachliteratur zugreifen. Der Neubau beherbergt auch die campus-eigene Mensa. In einem freundlichen und modernen Umfeld vermitteln wir auch im digitalen Semester optimal unser Wissen. Und natürlich kommt mit Events wie dem Campus-Festival Minden auch der Spaß drumherum nicht zu kurz. Für weitere Informationen schauen Sie in den Flyer, auf der Internetseite oder fragen Sie einen meiner menschlichen Kollegen.